ja so wie es aussieht ist es dann aber auch der letzte sein ja das ist ja die frage kürzpunkte freigeschaltet zwei neue kapitol können wir machen aber müsste doch noch einer seiner war das dann einer der stimmte rest ist allerdings auch kars kars gibt es dann die 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 hieners und schuss ans ok wo wir den machen hier den letzten ich bin gerade überlegen da lass uns einmal ganz kurz wollen wir sie noch projekte campus kann ich was einsammeln ich würde gerne einmal erstmal zum campus zum shampus ich versuche mal das schloss freizuschalten ja da kommen wir doch gar nicht rein vielleicht geht das erst wenn wir alle drei besiegt haben alle drei gemacht haben herrenherausforderung abgeschlossen hey hatten wir die meldung nicht schon mal ich glaube auch bin auch der meinung hallo leute was macht schon echt spaß ok hier war nicht die projekte scheiße waren mit der richtigen leute ja immer projekte abgeschlossen und das spiel hat bisher echt spaß gemacht ja definitiv level up ich meine meiner meinung nach ist der erste teil immer noch besser ja definitiv finde ich aber auch aber mal sehen wie der dritte wird also warlords oder bin ich ja das ist ja nicht der dritte warlords ist nicht der dritte hier ich habe ich habe den ich habe den namen highlands irgendwas irgendwie glaube ich war das was haben wir denn hier ich habe einen behälter bekommen schon wieder m 44 karabiner könnte geil sein jetzt haben wir hier eine pampe ok lege ich an dann kann ich nur ins lager packen alter warte mal an diesen scharfschützen über 49,2 definitiv besser let's go scheiße wo sie denn m1a nee da hier das bleibt ich muss noch was verkaufen ja 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 deine mutter warte mal oh nein wie dumm ach kacke ich habe schon wieder gekauft ich idiot da ein skistand gibt es schön ach man ey das nervt so dass ich immer die falsche seite nehme hier mone 700 kann weg das kann weg das kann weg das kann weg ja das ist dann tatsächlich das einzige nur noch ne glaube auch ne schutzpunkt wenn wir die haben ist die story durch würde ich behaupten und dann nur noch die walters von new york die erweiterung mhm ja 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 So, dann habe ich hier alles, Projekte, so viele habe ich auch nicht mehr. So, ich würde jetzt nochmal in die OP-Basis gehen, kann ich mir dann tatsächlich auch nochmal ein paar Verbesserungen bauen und dann können wir uns gleich gerne vom letzten Stützpunkt treffen. Okay, sparen wir schon mal am nächsten und dann ist so gesehen genau davor die Absturzstelle. Oh, mach mal. Wilder Gierschlund. Was ist da, wo kriege ich das, ne? Felduntersuchungsbenohnung, Spezialisierung. Okay. Ja, Abschied. So, das ist nicht die Waffe, die ich dann machen kann. Okay. Nee. Nee. So, bist du schon da, oder was? Also. Ah, da bist du. Das ist ein Kontrollpunkt. Jo, jo, jo. Warum so dir blei- Weiß noch nicht, warum ich da gerade, was habe ich denn da für einen Ort gerade bitte markiert. Ich will doch da hin. Gruppenmitglied hat Einsatz begonnen. Bin ich mal drinnen. Aber okay. 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 Ich glaube, du kriegst da nichts erreicht. Wir sind da hinten hin. Alter, wieso bin ich da nicht mehr unter Dings hier? Okay, warte mal. Ich muss mal ganz kurz die Waffe wechseln. Das ist ganz, ganz doof mit der. Na? Geht auf, wo bist du? Rüben, hier unten, ne? Das Ding ist schon krank. Wolle ich wirklich keine Konstruktion? Hm? Wenn ich nicht redet bin, Leute. Wolle ich keine Konstruktion. Ah, fuck. Ey, komm, lad nach, Mann. Alter, wer schießt denn da die ganze Zeit auf mich? Okay. 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 keine fresse alter schwede richtig rambazamba hier gerade na ja was macht spaß ja ich sammle mal eben ein was ist das für ein gerät alter das sind die dings hier eine automatische flack glaube ich ist das oder ist die nicht so keine ahnung auf jeden Fall ist das ganz schön heftig also wenn das zwei soldaten hinkriegt frage ich mich gerade was sie die ganze zeit hier gemacht haben muss ich ja ehrlich sagen wenn diese mission hier gerade zwei einfache soldaten hinkriegen was haben sie die ganze zeit gemacht die können wir noch mal aufladen wir schätzen hier auch bestimmt ja wahrscheinlich ist kapitol kapitol oder ist kapitol ich hole wenn die sprachbeherrung heiße kapitol oh da ist was lilanes vielleicht mal was andersfarbiges was hier auch hier ist oh jetzt machen wir das tor auf oh wie dumm ich bin voll in die schussrichtung gelaufen aber wie schnell du tot warst ja natürlich das ding hab ich richtig durchlöchert so da werden jetzt die wichser hier drin aber für leiden alter wir haben hier wieder dings hier ne da oben oh shit ich hab noch fünf schuss muss man eben nachladen was sie require the briefcase head to the roof of the rotunda and wait for the helicopter that mortar team is still up there understood don't need to be clear before the heel can approach okay okay Das war's. Ja, ja, ja. Die Division hier wieder. Guck mal, hier hätte man auch einfach so hoch rennen können, ne? Egal! So, wollen wir hier durch, oder was? So, ne? War hier noch was? Ne, ne? Ok, let's go. Genau. Alle tot hier drin, alle tot. Ja, aber hier kannst du plündern, ne? Ja. 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 ganz kurz an der waffe gucken warte mal das war der ersatzschlagmann den ich gerade bekommen habe okay ich bin doch da vorbei warum muss ich da immer erst mal draufklicken ein ein Und Ich sehe ihn! Enemie Drone! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Immediate medical assistance needed Alter Ausbrechen, achso Und das ist noch etwas niedernes, was ich einsammeln kann Probieren wir das mal eben Ach ja Warte mal hier, was ist das hier unten noch? Hier ist noch eine Kiste zum Plündern Aber nur für Granaten Alter, geh doch da hoch, Mann Oi, oi, oi Junge, Junge, Junge Was haben wir denn hier so schönes? Hier ist nix Oh ja, ey, du stresst ja auch hier direkt, ne? Die anderen Agents warten auf sie Was haben wir denn hier so schönes? Oh, was exotisches hab ich da? Ah ja auch Oh, sehr gut Schaut Was ist denn da oben? Warte Da noch einer Lass, alles gut Warte mal bevor du das machst Ich will eben meine Waffen nachladen Und Einmal hier hoch und das exotisch holen Was gab's denn da schönes? Ich hab Pistole Abzug Ist ne Mod Rüstung bekommen wahrscheinlich In der Mod Ja, ich glaub schon Irgendwie ist hier nix anderes Verteidigung Ah, ich glaub das Ah, ne Das müsste unter Ressource sein dann Was gab's denn hier? Was gab's denn hier? Hier Karabiner Das ist wohl Abzug des Mechanismus Beigefügte Notiz Was ist das drinne? Unter Mods, ne? Ja, Ressourcen Ja, ja, mein ich ja Und da aber unter den Mods, ne? Was ist denn der Abzug? Ja, was ist denn das? Ja, aber wo drunter? Find er das grad gar nicht Willst du dich rufen? Was? Ne, warte mal Ich suche diese Dings hier gerade noch Die Mod Wo ist die denn drunter? Ich bin dort auf Ressourcen Aber ich finde die nicht Ach doch, hier Pistoleabzug Ein Mechanismus Ist n Hm, ja Jetzt kannst du Wahrscheinlich Hier links ist Zum Irgendwas zum 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 Ja, wenn du was Craft willst Ein Helikopter 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 Die haben was? Ja, super Ja, super So, die was Könnt ihr eigentlich Oh nein, die sind doch wieder hoch Morgen Bei unserem Glück So typisch Ah, hier runter Was haben wir denn hier so schönes So eine Waffenkiste Ah, eine M44 Sonderanfertigung 39,9 Schaden Das ist das, was ich jetzt hab Besser Aber wir sind hier wieder beim Eingang, ne? Kann das sein? Nein, nein Ja Können wir? Jep Wollen wir ja, ne? Wenn wir, wollen wir Whatever Ja, machen wir Erstmal das Device einsammeln hier Die Sache Warte mal Ich würde da jetzt vielleicht nicht Kommen wir hier durch? Ne Wir müssen Schade, wir müssen da runter Ich hätte gerne irgendwas Erhöhtes gehabt Ah, jetzt sind wir auf der Seite Oder was Ich habe vielleicht Ah, jetzt pile wir Yeah Ich habe vielleicht Hm. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Und zu dir Und zu dir Und zu dir Ah, fuck down Und zu dir Und zu dir Das ist schon echt ein bisschen heftiger gerade, ne? Ah, fuck down Ah, fuck down Oh, yo, 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 yo Schon anders, schon anders Ist das unsere, oder was? Ach so, die hat jetzt die Aktentasche ranhängen Wo, wo haben wir die her? Ich wechsle kurz mal die Waffe wieder Damit wir mal ein bisschen Tempo schaden, damit wir mal ein bisschen Tempo schaden machen Hm? Hmm? 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 Ja, 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 ja Ja, ja, ja Alter, ja, 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 da ist mir grad voll um die Ohren geflogen Das war's für heute. Da hinten irgendwo ist noch einer Oh ja 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 ja- General Ridgeway has been neutralized. With all the toys on my map, I've been waiting for a second. Oh, we'll be right back. Positionen aufführen. Das war knackig, muss ich sagen. Das war knackig. Hat Spaß gemacht. Ja, das definitiv. Aber... Ich hab das nicht einmal... Nicht einmal war mein Schild weg. Ja, doch, meins schon. Aber es macht ja nichts. Wir müssen hier wohl irgendwie rum. Dahinten ist noch was niedernes. Gerade bevor du da reingehst. Nee, nee, hier kommen wir hoch. Ach so, okay. Ah, okay. Und dann zur Vorderseite, ja. Ist denn was schönes, wenigstens? Ich hab so ne Maske bekommen. Ich hab Knieschützer bekommen, ey. Das ist auch echt... War ne schicke Waffe zu bekommen oder so, ne? Nö. Und ein Gipschützer. Knieschoner. Falls du auf den Boden fällst, dass du dich nicht so stark verletzt, weißt du? Ja. Hm. So. Jetzt können wir gerne. Sonnen hier rumgehen. Ja. 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 Macht mehr Sinn. Ein bisschen, ne? Auha. Weltrang erhöht. Ui, ui, ui. Sollen wir nur verlassen, ne? Weltrang bekommen, ne? Ja. Weltrang 1, ja. Können wir ändern. Ja, gleich. So wie im ersten Teil. Im ersten Teil kannst du auch... Weltrang 5 kannst du machen. Hm. Was hast du da oben noch geöffnet? Irgendwas spannendes? Nö. Kondition ist voll. Kannst haben, dass das gleich einmal lädt, ne? Hm. Dass du ein bisschen im Loading Stream bist. Ja, ja. Gerade. Ja. 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 Und lädt. Oh. Oh. Ja. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ah, ja. Okay. Ah, ja. Okay. Die ganzen Kontrollpunkte wieder alle weg. Ja, schön. Kann man machen, ne? Überall das Ende der Welt. Kranken. Neu-Venedig. Alter, was ist das denn, ey? Projekte. Ja, was gibt's denn jetzt noch so schönen Projekte? Oh. Die Siedlung wurde eingenommen. Welche? Black Task Campus. Black Task haben die Siedlung abgeriegelt. Die Black Task? Ja. Black Task, ja, stimmt. Alter, ich war doch gerade auf Projekte. Jetzt geh ich aber erstmal hier rein. Invasion. Kräfte der Black Task haben in ganz DC zentrale Orte und Stützpunkte eingenommen. Wenden Sie Einsatzort Invasion, um die Stützpunkte freizuschalten. Erledigen Sie Stützpunkte, um noch höhere Weltränge und größere Belohnungen freizuschalten. Alter. Junge. Spezialisierung. Oh, jetzt gibt's Spezialisierung. Sie haben Zugang zu Spezialisierungen erhalten. Eine neue Möglichkeit der Weiterentwicklung, mit der Sie Ihren Charakter weiter verbessern und ausformen können. Ihre Spezialisierung schaltet mit der Zeit neue Fähigkeiten und Boni frei. Außerdem erhalten Sie eine individuelle Waffe, die Ihr Arsenal erweitert. Es stehen mehrere Spezialisierungen zur Verfügung, aber Sie können nur eine aktivieren. Sie können beim Quartiermeister jederzeit frei zwischen Ihnen wählen. Alter. Feuer warnt, Richtschütze oder Techniker. Zerstörungsexperte. Felduntersuchung verfügbar. Alter. Also ich würde mir das jetzt nicht unbedingt geben wollen. Speziale Felduntersuchung. Okay. Uh, ey. Die Spiele sind noch lange nicht vorbei, würde ich sagen. Ja. Aber was willst du denn eigentlich machen? Willst du Feuerwand, Richtschütze oder Techniker machen? Ich mache erstmal hier alles auf. Also ich würde Feuerwand machen wollen. Okay, warte. Okay. 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 Das Spiel ist ja noch lange nicht vorbei. Ja, ja. Goodbye. 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 Ähm, warte mal. Wieso ist meine M1A Classic nicht mehr gemodet? Weiß ich nicht. Ja, was soll das denn? Einfach nicht mehr gemodet, die Knabe. Ist doch geil. Nee, eigentlich nicht. Einfach nicht. Ich habe eine neue bekommen. Ist ja noch geiler. Schafft 39,9. Warte mal, irgendwas ist hier doch falsch. Wann ist das Gewehr? Ich glaube, wir haben die Story jetzt an sich durch. Ich weiß es nicht. Es gab keinen Abspann oder sonst irgendwas, ne? Das ist so. Was hast du? Feuerwand? Feuerwand würde ich machen wollen, ja. Was ist denn Richtschütze? Was ist denn hier so schönes Scharfschützenschaden? Würde das nicht viel mehr Sinn machen für dich? Was ist denn hier? Was auch? Hä? Oh. Ich mache Zerstörungsexperte. Nein. Okay. Ich habe einen Granatwerfer gekriegt. Ich habe einen Granatwerfer gekriegt. Und ich habe einen Behälter bekommen. SHD Extremes Malis Behälter. Was? Alles klar. Neue M60. 7600. Ich muss diese Mods entfernen, ne? Sonst vergesse ich, welche Waffe ich gemoddet habe, ey. Das wäre doof. Das wäre doof. Alles gemoddet. 4,3 Schaden. Ja. Meine ist besser. Oh. Hier ist eine mit Rüstung. Die brauche ich gleich mal in die... ins Lager. Äh. Nicht hier. Scheiße Schützer waren das, ne? Ja. Good to see you. Good to see you. Thanks for your business. Thanks for your business. Bye. So. Jetzt bin ich aber mal... Können wir hier nochmal... Was machen, ey? Ja, was machen, ey? Was machen, ey? So, noch ein paar Kräufer hier, ne? Ja. Ach, Mensch, du. Ach, Mensch, du. Was? Wilder Gierschlund. Und so eine Waffe herstellen, die heißt Wilder Gierschlund. Geil. Geil. Ja, ne? Ah, meine Spezialisierung ist einfach meine... Mein... Mein... Granatenwerfer. Ich hab jetzt vier Waffen. Geil. Geil. So, ich wollte ganz gerne einmal zur... Man kann doch Waffen verbessern, oder? Und die kalibrieren kann... Kann man, glaub ich, auf jeden Fall. Hier oben ist übrigens noch eine Mission. Geh da mal rein. Drohnenpilotin. Einsatz an... Einige, die haben ja sonst nix zu tun. Sind auch die einzigen, die hier irgendwas machen. Also alles gut. Ja, hier gibt's tatsächlich. Kaufgeldeinsätze. Überall gibt's welche. Boah, alles nochmal machen, so gesehen. Ja, ist gut, ne? Aber ey, hier gibt's ja nicht mal irgendwie... Spezialwaffenhändler, oder sowas, ne? Also du hast ja wirklich nur deine normalen Waffen. Wollen wir mal nach New York? Hm. Ich will wissen, wo ich hier... Ob ich hier noch irgendwo andere Waffen kaufen kann. Außer nur diesen... Diesen Abfall, den man hier beim Händler kriegt. Also hier beim Händler kriegst du ja wirklich nur Scheiße. Ja. Kriege, was ist das für eine Waffe? Diamantenklapperschlange. Wollen wir nach New York? Warte mal. Was ist das hier? Forschung. Ich mach mal einfach Forschung. Was brauch ich denn dafür? Hier. Jetzt gibt's noch Standorte bei der Pilotin. Okay. Dafür ist das da. Was, bei welcher Pilotin? Boiseleck. Boiseleck. Gut. Hier ist noch eine SAD-Kiste. Boah ey, das kann ja nochmal was werden hier dann, ne? Alter Schwede. Und jetzt gibt's ja auch noch mehr Stützpunkte. Jetzt haben wir nicht nur ein, zwei, drei, hier unten ist auch noch einer. Vier. Der war vorher gar nicht da. Aber du kannst alle machen. Was? Alle was? Äh, alle Aufgaben. Nicht alle. Was meinst du mit alle Aufgaben? Äh, hier. Alle. Alle. Du kannst Technika, Fell, äh, Brandding. Ja, du kannst alle machen. Äh, das ist richtig. Aber du kannst nur eins anwenden. Ja, das stimmt. Aber ich könnte hier auch mal, äh, verbessern, ne? Das nicht. Äh. Achso. Was nehm ich denn hier? Aber krass. Was hier? Granatenschaden. Ah. Fünf Punkte. Äh, drei Punkte hab ich. Mit dem Hauquartiermeister sprechen? Wo denn? Äh, bestimmt oben. Hier. Komm mit. Äh. Oh Gott, warte. Mal kurz. Ne. Äh. Hier. Ich glaube hier links. Oder? Äh. Aber wo hast du die Quest? Ich sag mal. Wie heißt die Quest? Mit dem Quartiermeister sprechen. Hab ich nicht. Wo wird der denn denn angezeigt? Ah. Hier unten. 25 Meter. Hier. Mit dem Quartiermeister. Achso, das ist der hier. Hallo. 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 There. Jetzt hab ich aber durch. Piloten ist hier irgendwo. Warte. Du die Piloten? Du bist Konflikt. Hier irgendwo. Ne. Du bist Konflikt. Ne. Du bist ein Konflikt. Das sind die Projekte. Spiele. Hier oben ist die Pilotin. Wo? Hier oben, wo ich gerade bin. Counter bis ein PvE Spielmodus, der für 8 Spiele empfohlen wird. Achso. Ich bin ja hingekommen. Hier oben. Hier hin. Also erstmal raus. Komplett raus? Ne. Hier vorne. Einfach nur raus vor die Tür und dann nach links. Und dann hier oben. Hier ist so ein Helikopter. Helikopter. Hier ist ein Portable Device stand hier eben. Oder hat er gerade gesagt? Aber hier ist sogar kein Device. Schaut mal jetzt hin. Helikopter. Henrikopter. Ja das wird für 8 Spiele empfohlen. So. Aber wie kann man jetzt nach New York? Ja. Hier. Mit Casey Bell sprechen. Warte. 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 Bin ich, bin ich Leadführer? Sag mal. Äh. Ne. Ich glaube nicht. Machst du mich einmal dazu? Ja. Sammelobjekte. Wollt viel noch bekommen jetzt, ne? Du bist jetzt Gruppleader. Warte mal bevor du mit dem sprichst. Können wir eben Ausrufezeichen loswerden. Fakte, Erinnerungsstücke. Nussknacker. Den kennen wir jetzt alle. Von den Outcards kennen wir alle. True Sans kennen wir alle. Okay nein. Sollten wir nicht machen. Warum? Boost. Äh. Da ihr Engine noch nicht Stufe 30 in Weltrang 5 erreicht hat, können sie wahlenweise zum Spiel zurückkehren und weiterspielen oder direkt den Transfer vornehmen und ihren Charakter auf Stufe 30 boosten. Durch das Boosten schließen sie automatisch die Kampagne von Stufe 1 bis 30 und die Weltrangfortschritte ab. Oh ne. Wenn sie neu bei The Division sind, empfehlen wir ihnen erst Stufe 30 zu erreichen, bevor sie den Transfer vornehmen. Bitte beachten sie, dass sie auf Stufe 30 gestiegene Charaktere, äh, Charaktereigene, äh, einige Erfolge nicht freischalten können. Warte mal, wir sind ja Stufe 30. Ja, aber wir haben ja noch den Weltrang 5, komme ich noch nicht durch. Warte mal, wo könnte man das denn nochmal einmachen mit Weltrang? Du kannst erst wieder zurück nach DC, wenn du die New York, äh, Kampagne abgeschlossen hast. Ja, aber, 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 aber wie kann man denn hier nochmal den Weltrang ändern? Das war gerade meine Frage. Wo war das denn nochmal? Äh, kannst du nicht, glaube ich. Du selber kannst das, glaube ich, gar nicht mehr ändern. Okay. Du musst, ich glaube, dafür müssen wir erstmal hier alle Dinger durchmachen. Meinst du, und dann geht das? Ja. Welche Stufe sind wir denn jetzt überhaupt? 30, ne? Mhm, genau. Aber wir sind halt Weltrang 1, aber man sieht das auch nirgends, ne? Also, ich sehe nicht, in welchem Weltrang wir sind. Oder sieht man das hier irgendwo? Weltrang 1. Und, ah, ich glaube, wir müssen einfach leveln. Nein, ne? Wir sollen bei der Siedlung irgendwie hin. Da läuft die ganze Zeit irgendwas Grünes. Warte? Die Siedlung? Das, ja, da läuft die ganze Zeit irgendwas Grünes auch. Warte mal, ähm, aber das ist nur der Campus, meinst du, ne? Ja. Warte mal, da gibt's dann ne... Ist aber nur das eine, ne? Ja. Hä, das ist voll komisch. Es gibt auch nur noch Haupteinsätze, es gibt keine Nebenansätze mehr. Ja. Nicht mal, wenn man mal da rangeht, ne? Spätestens, ist ja schon drei, Alter. Mhm. Uiuiui. Uiuiui. Ja, jetzt ist die Frage, ne? Wollen wir dann nochmal so immer mal nebenbei ein bisschen zocken, oder wollen wir die, auch die Aufnahme jetzt beenden? Ja, also wir... Was meinst du, junger Mann? Also die Dinge haben wir... Also die Story ist halt, glaub ich, durch, ne? Weiß ich nicht, weil wir haben ja auch, äh, da die Siedlung unten, das Schloss ja auch noch nicht. Ne, das ist richtig. Warte mal, wo ist denn das? Warte mal, wo ist denn das? Wird das überhaupt noch... Das... Da ist es... Unreicht. Ja, keine Ahnung, ey. Warte mal, googlen wir mal. Weißt du, was wir machen? Ne, machen... Google mal nicht. Wir gehen mal, hier vorne ist eine öffentliche Hinrichtung. Wir gucken mal. Lass uns da mal hingehen. Wie krieg ich eigentlich meine Spezialfähigkeit, äh, aktiviert? Ich hab null Granaten. Geil. Hahaha. 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 Geil. Hier ist einer, der heißt Stiflasmarm. Komm mal mit, hier ist eine Hinrichtung. Ne, vom Dinger haben wir das Spiel durch. Ja. 40 Spielstunden. Vom Dinger, wir haben mehr als 40. Viel mehr als 40. Ne, 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 ne. Glaub ich. Ne. Glaub nicht. Komm mal zu mir. Hier ist eine Hinrichtung. Ich will mal wissen, wie stark die Gegner sind. Ich will mal wissen, wie stark die Gegner sind. Nein. Ja. Ja, ja. Komm mal rein. Ich weiß nicht, was ich? Ich weiß nicht, dass ich das nicht verstehe. Das ist noch ein Gegner irgendwo da drinnen Die Gegner sind nicht viel stärker würde ich sagen eigentlich gar nicht das war jetzt noch nicht die öffentliche hinrichtung doch doch das war die ne stimmt das war ein kampf ja aber da waren wir doch eben bei der öffentlichen hinrichtung das war doch die da oben eben jetzt kann ich auch meine spezialfähigkeit anscheinend einsetzen das ist krankere rüstung alter junge was denn die rüstung die ich gerade bekommen habe richtig krank ja gut das war die öffentliche hinrichtung wollen wir die territorienkontrolle und den kontrollpunkt machen ich weiß nicht ob wir jetzt ansonsten das spiel halt beenden also jetzt auch für youtube halt ne würde ich sagen ne ich meine die hauptstory ist durch ja wir haben ungefähr 40.000 rehe und 20.000 hunde getötet passt also das haben wir alles gemacht das spiel durch hä der kontrollpunkt ist grün geworden welcher vielleicht übernehmen die leute auch selber das kannst du auch haben ich denke mal das ist immer so ein ewiger kampf vermute ich mal nein ja dann würde ich sagen wir werden wir werden uns jetzt noch mal ein bisschen höher stellen als alle anderen hier wollen wir mit was wollen wir mit ich dachte gerade wir werden uns jetzt noch mal ein bisschen höher stellen als die anderen hier ist noch ein portable device ja ne ja warte mal ich höre das gerade noch an hier unten ist auch eine hienerskiste oder sowas irgendeine kiste ist hier unten noch was ist das was ist das ja ich meine ich meine es ist wirklich schlecht da draußen wir sollten nicht etwas anderes machen du meinst du anstatt zu versuchen zu durch eine energiebillen mit dem der Welt zu spüren naja ja guck später oder später wird das passieren und wenn es passiert alle die Probleme mit dem wir jetzt haben dann werden sie da also es macht Sinn für uns zu versuchen zu versuchen zu versuchen zu machen wenn jemand zu machen SVD SRS nicht besser welcher was denn ich habe ein neues gewehr bekommen mein altes set macht 11,2k was ich gerade bekommen habe 33,3 doch das ist ein guter sprung würde ich sagen hat aber nur 5 magazin ok so lass uns mal hier hoch gehen und dann würde ich sagen beenden wir das game ich habe gerade ich habe gerade eine granaten granaten planen 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 doch doch das sieht aus wie so eine 8-fach vergrößerung nur naja ich mag diese riesen dinger nicht ich kann so nicht arbeiten wenn das so richtig reingezoomt ist so ist das so ist das ja stell dich mal hin wie ich komm wir machen das hier so richtig schön so und dann machen wir mal den hier hast du es salutieren ja ich glaube den habe ich ja ach schade ich dachte der hält das ich dachte der hält das salutieren schade ich dachte der hält das salutieren oh man schade schade er hält das salutieren du stehst schon wieder so weit weg schaffst du das dich direkt neben mich zu stellen und sich genauso hin zu stellen wie ich sehr geil so ist perfekt so ich würde sagen wir verabschieden uns dann mal aus diesem spiel story ist durch na wer noch sehen möchte ich sag das jetzt einfach mal wer noch sehen möchte wie es weiter geht kann gerne immer mal im stream vorbeischauen wir werden dieses spiel weiter verfolgen oder würde ich sagen wir werden das noch ein bisschen weiter spielen allerdings halt nicht mehr aufnehmen ja dann bleibt uns für die aufnahme nichts anderes zu sagen außer vielen vielen dank fürs zuschauen fürs fürs dabei sein und wir sehen uns im nächsten spiel wieder oder definitiv wir sehen uns im nächsten spiel wieder definitiv im nächsten spiel sehen wir uns wieder wir sehen uns im nächsten spiel wieder was nein vielen vielen dank fürs zuschauen und leute bleibt gesund danke fürs zuschauen haut rein tschüss tschüss morgens wir sehen uns r r Vielen Dank.